Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und Willkommen zurück zum E-Tour. Und in der letzten Folge haben wir ja schon die Brücke fertig. Was machst du denn hier in meinem Haus drin? Was? Verschwinde! Ich brenne grad Glas. Ich hab auch wieder Sound übrigens. Ich hab das mal Kart gefixt, mal Game neu gestartet, schnell. So, ich bin immer noch voll fasziniert von dieser Brücke. Diese Brücke! Enchanted Gravitide. Viel Spaß damit. Ja, wir können uns doch mal Gravitide-Schwerter machen, wenn du... Warum schwebt da jetzt ein Block in dem Buch? Hallo. Was? Lol. Pack nochmal drauf, pack nochmal drauf. Egal, jetzt ist es egal. So, jetzt. So, dann pack mal dieses Teil drauf, diese Pflanze. Hast du das? Enchant Gravitide? Gib mir das mal bitte, danke. Bitte schon. Holy Plants. Screenshot, 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 warte. So, schön gescreenshottet. Gescreenshottet. Alter, das sieht ja immer so geil aus. So, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ich hab die heilige Pflanze gegessen, oh mein Gott. So, wir haben acht Enchant Gravitide. Wusstest du, dass Pflanzen besser schmecken, wenn sie vorhin ein Enchantment Table waren? Nein. Das ist aber so. So, ich hab für uns beide Boots. Für uns beide Boots? Wir probieren jetzt mal diese Gravitide Boots aus. Wenn die uns am Boden halten, wär das ziemlich geil. Ähm, ja. Nur die... Oh, Moment. Ähm. Difficulty... Das hatten wir ja ja angekündigt. Richtig. Wir müssen ja die Difficulty wieder hochsetzen. Und mit diesen Gravitide Boots glaube ich, dass uns die Pflanzen nicht mehr wegpusten. Ach, quatsch, die Pflanzen. Die Wolken nicht mehr wegpusten können. Du meinst die Wolken? Ich hab auch keine Ahnung, ob jetzt schon Wolken drin sind. Äh, du hast doch nur Game Rule gesetzt. Game Rule... Habe ich das? Ah ja, Mob Spawn, genau. Du... Mob Spawn... True. False. Nee, False. Nee, True, ja. Nee, warte mal. Ja doch, nee. Game Rule. Du... Nee, du hast... Du... Mob Spawning? Moment. Ich weiß es nicht. Guck nach. Du Mob Spawning. Mob Spawning. Ah, da kann man ja wieder mit Tab arbeiten. Ja, dann arbeitet man mit Tab. Ist doch wesentlich easier. Game Rule has been updated. So, jetzt sollten die auch spawnen. Eigentlich ja, ne? Ja, da sind sie auch schon. Alter, die Wolken löschen ja mal übelst geil. Die glitzern im Shader so. Ich seh die gar nicht. Die schwarzen Wolken da hinten. Welche schwarzen Wolken? Achso, da können da ranliegen. Und die Vögel auch. Die... Die... Wenn die... Wenn die mit ihren Flügeln... Die glitzern so übelst. Okay, ich geh mal eben kurz runter. Geil. Und geh mal... Leg mich mal schlafen. Ja. Dann sind diese... Müssten eigentlich diese dunklen Wolken ja weg sein. Die sehen aber so geil aus. Gleich sind sie weg. Pass auf. Alter, ohne Scheiß. Warte mal. Ich mach mal eben noch ein Screenshot. Das will... Dann zeig mir den nochmal, weil ich seh das ja nicht. Ja, das sieht voll geil aus. Hast du? Ja, hab ich. Hört dich nicht im Bett. Und zick. Oh, und hier hast du schon wieder falsch einsortiert. Das kotzt mich an. Dann kotzt zurück. Kotzeritis. 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 Kotzeption. Rohstoffe. Quicksil. Ambrosium. Es gibt eine Kotzeption. Ein Kotzkrieg. 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 Two girls, one cup. Nein, das ist ein Scheißkrieg. Warst du das Wort? Scheiße. Scheiße. Machen wir die Decke hier auch aus... Oh, die Sonne. Die Sonne. Alter, wie geil ist das denn? Ich sehe da keine Sonne. Machen wir die Decke hier auch aus... Dingens. Quarz? Nee, das verbraucht so viel Quarz, oder? Ja, wer haben wir noch viel? Wir haben noch... Ich weiß nicht genau, ob es reicht, aber wir haben noch drei Stacks. Könnten wir eigentlich machen. Holy... Alter, dieser Vögel... Flügel... Ich mach's einfach mal. Neu... Neu... Seit dem Update glitzern. Die glitzern, oder? Ja. Hab ich doch gesagt. Und im Shader glitzern die noch mehr. Da siehst du das richtig funkeln. Okay. Mir wird grad was schwummrig, aber red euch weiter. Lol. Geht's dir gut? Soll ich einen Arzt rufen? Wir schwummeln uns grad etwas. Ich glaub, das würde nichts helfen. Du müsstest einen Tierfänger rufen. Okay. Oh, und ich hoffe, ich stoß diesen Vogel jetzt von der Klippe und... Tschüss, Vogelchen. Ich baue grad hier oben ein bisschen was um. Boah, Alter, ist das grauenhaft dieser... Dieser... Dieser Dings... Diese Vogelschüsse. Jetzt kommt mal die Musik noch ein bisschen läser drin. So, mich würde jetzt grade eher mal interessieren, wo diese... Wolken bleiben, wenn man sie mal braucht. Ja, Moment. Ähm, eins, zwei, drei, vier. So. So. Verschiedenes... Feder. Damit du mal den Holystone unten auf. Jo. Natürlich. Das sollte ich noch hinbekommen. Aber ich brauche auch zuerst nicht, ich habe Hunger. Ja. Ich glaube eigentlich das mit dem... Ähm... Quarz macht sich ganz gut. An sich... Oh, boah, jetzt habe ich wieder Holystone gesetzt. Haben wir denn noch genug Quarz? Ja, eigentlich schon. Also es sollte reichen. Wenn nicht, gehe ich nochmal näher oder so. Ja, stimmt. Da ist ja mehr als genug. Und was willst du dann hier oben drauf bauen? Ähm... Hier oben können wir dann irgendwie Deko-Betten oder sowas machen. Also so einen kleinen Wohnraum oder so würde ich hier machen. Okay. Oder noch mehr... Oder noch mehr Kisten, weil hier unten ist schon wieder so wenig Platz. Ja, dann... Wegen der Fenster. Dann mach das. Du bist hier der Innenarchitekt. Ich bin eher... Ich habe ein paar Deko-Ideen schon. Von Pogjob Media übrigens. Die sind die Einrichtungskünstler Minecraft. Von wem? Pogjob Media. Kenn ich nicht. Ja, ist ganz cool, wenn man... Die sind wirklich... Götter in Minecraft. Nein, Einrichtungsgötter in Minecraft. Ja. Okay. Heißt, die bauen so Häuser oder was? Richtig geile Häuser. Einrichtungen für Häuser. Okay. Aber in Minecraft-Größe, oder? Ja, in Minecraft-Größe. Also ganz normal, aber halt so cool eingerichtet. Da ist eine Wolke. Los, greif mich an, Wolke. Greif mich an. Los. Nein, sie pusten dich trotzdem noch weg. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse, verrecke ich gleich. Sie pusten dich wirklich weg? Die pusten dich immer noch weg. Na gut, aber Schwierigkeitsgrad sollte an sein, ne? Wollen wir jetzt eins? Ja, Schwierigkeitsgrad ist so... easy. Gut. Praktisch ist, auf unserer Brücke können sie uns dich nicht angreifen. Erstens, weil du viel zu schnell bist. Und zweitens, weil sie viel zu dumm sind. Um zu merken, dass dies eine Brücke... Es ist so hell. Ich werd blind. Tja. Sonnenbrille aufsetzen. Müsste es echt mal geben. Du hast Sonnenbrille für Minecraft oder was? Ja. So Krankheiten Minecraft. Gibt's bestimmt einen Mod. Was für Krankheiten? Ja, geh ich von aus. Michael Jackson Mod. Gibt's auch noch so ne künstliche Nase. Ach, ja. Alter, wie schnell man hier lebt. Geil! Was? Witze auf Kosten Toter gemacht? Jack. So ungefähr. Mir fällt nur kein Witz aufgrund von Lebenden ein. Aber egal. Bin ich auch nicht für zuständig. Ah, Wolke! Ah, Wolke! Ah! What the fuck? Ja, aber warum? Ja, sie pustet dich weg. Gravitide Boots sind doch Gravitide Boots. Die sind doch Gravitation und so. Muss das nicht, ähm, Sanit Boots sein? Ne, Sanit Boots bringen ja noch weniger. Da waren wir ja uns ja einig jetzt. Ja, aber Gravitide Boots. Wow! Gravitide geht doch nach oben und nicht nach unten. Ne, glaub ich nicht. Ich guck's später mal. Ich guck's nachher mal nach. Ja, ein Wiki. Ein Wiki. Alter, das ist ne... Oh, das ist ne Baby-Walk. Oh, wie süß! Oh, wie süß! Hier traut's mal den ordentlichen Wumpst drauf. Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich fahr runter. Nein, nein, nein! Wo runter? Hast du den Abgang gemacht? Eins, zwei, drei, vier! Nein, nein, nein. Ich fahr unter dem Abgang. Ja, Gott sei Dank! Ja, seid froh! Scheiße! Also wir brauchen hier schnellstmöglich ne Decke oder wir müssen gucken warum die Gravitide Boots nicht funktionieren. Hab ich meine Aufnahme beendet? Ich hoffe nicht. Guck's nach, du hast ja ein Programmfenster. Ne, 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 läuft noch, läuft noch. Erstmal Game Mode 1, 2, 3, 4, 5. Wie komm ich denn hier hoch? Scheiße. Äh, es gibt fast überall Wege, wo man hochkommt. Haben wir irgendwo noch Quarz hier im Aether oder hast du noch welche? Äh, ich hab welchen. Wofür? Ja, ich wollt weiterbauen. Ja, die Decke mach ich gleich mal. So, ich mach auf jeden Fall schonmal diese Glaspanels. Ja, die kannst du schonmal machen. Genauso wie unten einsetzen. Wie viele brauchen wir denn? Ja, mach alle. Alle? Nein, das ist doch viel zu viel. Wobei Glas brauchen wir für sonst nichts anderes. Richtig. Ja, außer vielleicht für deine Brücke oder so. Nö, wieso? Das würde scheiße aussehen. Dann mach ich lieber alles Glas hier rein. So, jetzt mach ich hier dicht. Außerdem ist meine Brücke ja fertig. Ne? Vorerst. Ja, was soll da sonst noch hin? Keine Ahnung. YOLO ist weg. Ja, stimmt. So, jetzt reißen wir die hier die Wand auf und machen da Glas hin. Hm, okay. Wir haben 46, 46, 46, 46, 46, 46. Wir haben 10 Minuten. Wir müssen jetzt leider ein bisschen kürzere Folgen machen. Diesmal. Nein! Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Die Kackwolke. Ja, was bist du so blöd und baust dir die Wände ab? Ich bin hier unten, äh, gefangen. Oh, gefangen. Was heißt gefangen? Alter, 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 alter. Ach, da unten. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, wie geil. Lauf doch von der Wolke runter. Nein! Ich will die ja töten. Der eine ist schon mal tot, jetzt bin ich runtergefahren. Oh Gott, ne. Okay, ich bring die ganze Glas-Sache mal hier in die Kiste rein, bevor die flirten gehen. Okay. Du kleiner, dreckiger Cheater. Entschuldigung. Aber diesmal habe ich es geschafft. Kleiner, dreckiger Cheater. Ich habe jedes Mal Schiss, dass ich da runterfliege. Ist ja aber richtig. Ja, stimmt. Ich auch. Mich juckt es nicht. Guck mal, ich kann auch das Folgen. Das Folgen wurde von mir produziert. Ich mach da jetzt erstmal ein Dach drüber, alter. Und drei, zwei, eins. Bye. Hallo. Okay, ich weiß zumindest, wo ich hingeflogen bin. Geil. Glaube ich zumindest. Ich kann mich in diesem Haus immer noch nicht so... Ich mach jetzt hier eine Decke drüber. Was ist da los? So. Genau, es dauert zuerst die Decke zu machen und dann den Rest aufzumachen. Ach. Du hast da völlig überbewertet. Ach, Sicherheit ist nur bewertet? Ja. Ja gut, okay. Dann spring doch bitte mal in den nächsten Vulkan. Such. Wir haben keine... Machst du das? Wir haben keine... Vulkane? Und dann baue ich dir ein. Mit ganz viel Lava und mit ganz vielen tödlichen Fallen. Ach. Und dann... Ja, dann sage ich YOLO und dann geht das los. Ja. Das will ich sehen. Ich komme mal zu dir und dann baue ich dir da Vulkane. Neben unser Haus am besten. Ja. Ja. Ja, so wenigstens eine Thermal-Energiequelle. Ne? Ja. Ist jetzt ganz groß im Kommen. Geothermal-Heizung. Ja. Wir haben noch keine. Am besten mit Lava aus dem Neta. Genau. Das müsste es mal geben. Da gibt es wahrscheinlich ein Tech-It, oder? Ja, ja. Das ist unsere Haupt-Energiequelle. Ich guck deine Tech-It-Let's-Plays nicht. Nein. Alter. Alter. I'm dying. Warum? Wirst du schon wieder vor Wolken geärgert? Ja. Oh. Alter, diese Kack-Wolken, ne? Diese Kack-Wolken, ne? Ja. Die Kack-Wolken, ne? Wenn die mich nach Mai hochpusten, bin ich tot. Einfach nur nicht Falschaden. Alter. Vielleicht isst du dann einfach mal was. So, die Wolke ist tot. Ich hab die mit ner... Ich hab sie geschaufelt. Du hast sie geschaufelt. Alter. Oh, da war ein Enderman. Moment. Die schaufel ich auch. Der war weiß. Der war weiß. Ein weißer Enderman. Wieso war der weiß? Keine Ahnung. Einfach mal rumschreien. Lass mich raten, ich hab schon wieder Wolken penetriert. Die penetrieren mich hart hier. Ich seh sie noch nicht. Doch, da oben sind sie. Ich hab sie im Blick. Wo sind nur meine Wolken? Ich guck mal hin. Ja, jetzt wird's Nacht. Jetzt kommen Blitzwolken. Jetzt wird's lustig. Ja. Dann, äh... Viel Spaß, ne? Yes. Wird lustig. Sind ja noch in der echten Welt. Ich such... Warum sind hier oben eigentlich 19 Hütchen und wir ernähren uns oben von Blaubeeren? Weil das gesünder ist. Du bist gesünder. Ich weiß. Bitteschön. Dankeschön. Jetzt kann ich nochmal deinen herrlichen Sonnenaufgang genießen. So, wir haben 14 Minuten. Ja, wir wollten die Folge beenden. Mann. Wollten wir eigentlich. Ja, egal. Jetzt so, äh... Na, dann lass mal los. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, äh... Haut rein. Macht's gut auf Wiedersehen. Und... Tschüssli Müsli. Tschüss. Bis dann, dann. Bye.